Um in die Fahrgasseneinstellungen zu gelangen, gehen wir auf die zweite Seite der Softkeys. Drücken dort auf den Schraubenschlüssel und dann auf dieses Symbol. Drückt man in die obere Zeile, kann man aus verschiedenen vorprogrammierten Rhythmen wählen. Die erste Zahl ist immer die fortlaufende Nummerierung der Rhythmen. In der zweiten Spalte steht die Länge des Rhythmus. Danach folgen die Spuren, in welchen die Fahrgassen geschaltet werden. Erst die linke, dann die rechte Fahrgasse. Alle Rhythmen sind darauf ausgelegt, dass man am linken Feldrand beginnt. Bei regelmäßigen Rhythmen steht dort für jede Seite je einmal dieselbe Spur. Hier ist der Rhythmus Nummer 5 beispielsweise für 15 Meter breite Fahrgassen geeignet. Stehen dort zwei Spuren für jede Seite, so kann es zum Beispiel sein, dass in einer Spur immer nur die halbe Fahrgasse gesät wird und bei der Gegenfahrt erst die andere Hälfte. Bei Rhythmen, die mit einem S gekennzeichnet sind, muss mit nur einer Halbseite begonnen werden zu säen. Der Rhythmus 999 kann individuell konfiguriert werden. Details, wofür welcher Rhythmus gedacht ist, können Sie Ihrer Betriebsanleitung zum Horsch E-Manager entnehmen. Zum Auswählen des gewünschten Rhythmus drücken Sie einfach darauf und bestätigen Sie mit dem Haken. Hier könnte der 999. Rhythmus konfiguriert werden. Beispielsweise so, dass die Fahrgassen gleich wie im Rhythmus 5 im Feld sind. Man allerdings ein Feld mit der Spur 3 beginnt und die Fahrgasse bei Spur 5 säet. Die untersten beiden Werte sind die Parameter für das Säen in der Fahrgasse. Hier gibt man ein, wie viele Meter gesät werden sollen und hier, wie viele Meter frei bleiben sollen. Hier können die Vorauflaufmarkierer und darunter die gesamte Fahrgassenschaltung aktiviert und deaktiviert werden. Das Säen in der Fahrgasse wird hier aktiviert und deaktiviert. Gehen wir zurück auf den Hauptarbeitsbildschirm. Auf der ersten Seite der Softkeys finden wir diese Buttons. Damit kann man die Fahrgassenschaltung steuern, also pausieren oder Spuren wechseln. Unter der Geschwindigkeit wird die aktuelle Spur angezeigt. Ist eine Fahrgasse geschaltet, werden die beiden Balken schwarz.